Hi, herzlich willkommen auf dem Kanal Frost Adventure. Ich bin Tim und ich bin Paul und heute geht es um dieses Ball, das ist das Fiskars X7 und nach dem Intro geht es los. Bis gleich. Ja Leute, also fangen wir mal an mit der Länge hier von der Klinge oder von dem Kopf. Das sind 13 cm. Die Höhe sind 20 mm. Genau. Also das Beil ist 35 cm lang. Das Gewicht von diesem Beil beträgt 56 Gramm. Und ich muss sagen, das ist relativ leicht und sehr gut für den Outdoor Bereich. Von der Größe her auch perfekt und sehr handlich mitgeliefert wird. Hier, dieser Klingenschutz oder wie auch immer man das nennen soll. Durch das kann man das Beil auch sehr praktisch an die Hose machen mit einem Gürtel. Genau. Und ich würde sagen, machen wir so einen ganz kurzen Test mal und ich würde sagen, los geht's. So Leute, wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen. Und unser Fazit kommt jetzt. Ja, genau. Und zwar, wie ich finde, ist das Fiskars richtig gut für unsere Zwecke jetzt, weil es einfach leicht ist, handlich und echt auch was taugt. Genau. Und ja, ich glaube, das war's. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert uns auf den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.